Ich bin neu in dem Team und ich kann einfach noch nicht alles wissen und wenn ich eine Frage habe, eine Fachfrage, das ist überhaupt kein Thema. Jeder hilft mir, egal ob wir jetzt in unserem Hotline-Team oder im Projekte-Team, die sind alle total hilfsbreit. Das ist Wahnsinn. Und was die auf dem Kasten haben, das ist unglaublich. Und bin dort in ein geiles Team gekommen. Was wir lachen den ganzen Tag, das kannst du dir nicht vorstellen.